Geht los Alles ganz gecheckt, yo Boah, der Skin ist geil Sieht so ein bisschen aus wie Arctos, finde ich Ja Boah, sieht so geil aus Ich finde die Animation, wenn sie wieder geboren wird, ganz geil Tja, hoffe ich mal, dass ihr jetzt kein Blue-Screen kriegt und somit ist Afka Hmm, ja Ach, du bist dann eigentlich die Genre Lol Ne, ich... Ich hab den Skin leider nicht Da drin Ich geh da nicht rein Ja, dann... LOL, die sie wieder Barrier benutzt Ja, aber warum hat er nicht einfach einen zurückgehauen? Der ist okay gewesen Wir hatten so viel... unser Wayne ist nicht da Wow, die Wayne, die Wayne, die Items, oh Gott Ja, der Shen ist aber auch nicht da Wtf Alter, wtf Spielt schon wieder alle auf Muraman und das geht mir schon wieder auf die Eier Na, echt? Ja, guck dir den Schaden an, man, what the fuck Ja, gönn dir Cranker Shit Alter Äh... Watt Sie wird so lächerliche Champion Ja, aber warum... Warum spielt die mit einer Tier, Mann? Das ist doch... Irgendwie kann sowas Erfolg haben, das geht doch einfach nicht Irgendwie kann die Dings halt nicht dodgen, oder? Neul? Neul, jetzt Werner hat sie geflasht Kann ich schon sagen Ist das lächerlich, ich bin gleich tot, Mann Wow, ich halt auch Wow Ich bekomme einen Coup von der... von der Miss Fortune ab und ich bin einfach ein Arsch in drin rein Wtf Sie wird soo stark, Mann Ne, Jogert, und so Ey, guck dir den Charme von der Coup an, wir sind wieder mal nicht tanken wir, Leute Sein Glück stehen, nice Was? Neul, 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 neul Mh Ich glaube das Gifgel hat wieder ein unsichtbares Gild geflogen Können Sie wir Gut, mal gleich Ich hab da eine... ne doch nicht Wau, wau Dann schmiert die Vision, ey, das ist auch nicht ehrlich ja so ist das jetzt mal echt nix tun ich sag jetzt mal nichts wie viel range die wieder kriegen oder diese ad carries range wäre ja nicht mehr ein problem aber die haben halt drei ad carries weißt du die gewinnen wenn die auf träne gehen hat der muramana auf ash und sibir die kann sowas gewinnen wow fliegt noch zu mir natürlich wow er lacht schon wieder weg wow er lacht schon wieder weg ey instant sonja's rush man das muss einfach sein das ist ein schlechter das ist ein schlechter witz ernsthaft das ist ja nur lächerlich so peter jetzt was ich wurde geeit geeit wie die rumlacken das ist unfassbar unfucking fassbar stimme 6 wie sind die tolle das ist ein schöner und sibir weil über rom Der Pfeffer wurde dir unterbrochen, Bitch. Kriegen wir was hin? Nee, glaub nicht. Traurig, traurig. Wow, wow, das ist doch ein schlechter Scherz. Wahrscheinlich der schlechteste Scherz, den ich jemals gesehen habe, aber... Das Auto-Hit. Swain, die! Warte, Wackerei! Boah, man, so viele Kills! Quadra-Kill einfach mal gemacht, insgesamt. Da ist grad der Papa-Guy von Swain durchs Bild geflogen hier bei mir. Ja, und die MF-Kill dann auch. Wow! Weißt du, sie macht den letzten Hit, äh, 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 kleine Notte. Ist das jämmerlich. Wir haben den gegnerischen Tower 42 HP abgezogen. Ist doch so viel? Mhm. Geile Sache. Mich auch. Fiss dich, Wayne! Wow! Kauf dir Lifestyle, wenn du Leben brauchst. Solche Loser-AD-Carry. Ja, Pickaxe ist doch okay, oder nicht? Dachte ich. Ich kann nicht viel machen, weil Wayne mir das hier weggeklaut hat. Wow. Dauer getauntet, Alter. Lächerlich. Die Sivir-Klinge, Mann. Lächerlich. Die Sivir-Klinge, Mann. Die Sivir-Klinge. Die Sivir-Klinge. Die Sivir-Klinge. Die Sivir-Klinge. Die Sivir-Klinge, die Sivir-Klinge. 500 Schaden bekommt durch eine Sivir-Klinge. Alter, wie oft hatten die diese scheiß Salve, man Alle drei Sekunden Alter, die spielt auf Muramana und Dings Boots Ionic Boots Hallo? Geht sowas, heilen wir Das wäre schlimmer als ein Varus mit Sieg des Herod und Schießme-Code Double kill, go go, rauf da Wow, sie flashen wieder, Alter, das ist hassbar Die klaut jedes Mal die Kills Ja, da werden sie sich executen lassen, ich sprille die so voll, die Typen Ja, Wayne, gönn dir, nimm dir das Hitpack Was ist denn das für ein schlechter Witz? LoL I need manna I need manna Vorsicht Jo, Anivia gegen den Rest Gönn dir Ich kann da aber auch gar nichts machen, ey, das ist so bin ich Na, der Autotick hat dann aber auch nicht getötet, glaube ich Da hat keiner auf den Schermen draufgegangen, obwohl der gecatcht war Ach so Trauriger Wie wir? Oh, läuft Okay, malter, wie sie lacken, ich hab kein Mana mehr Ich hab mein Leben, ne? Pfff, what the fuck Wow, 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 aber wow Wow, der chillt Ich würde mich töten lassen eigentlich Na ja, was für den Film erbekommen Ich weiß nicht, wie die MF auf einmal wieder full live war gefühlt, aber... Senjin Blade Ich möchte trotzdem sterben, ich bin so ein weiteres Gold, ich bin so ein Wibana Ich bin so ein Wibana Ich kann mal Gönn dealen Was? Warum- What the fuck... Das war das... ... Schlechteste Tag ist, was er hätte flippen können, ey, leck mich am Armat Ja? Fast da Rot Wow Ich hab ein Knapp von MF Warum krieg ich eigentlich jedes Mal so ein Loser Team? Warum? Komm! Du hast mich, Riot. 2-7, Mann. Jetzt ist sie mal Leichtzie gekauft. Hat sie nicht nötig. Ja, warum denn auch? Das klaut sie sich jedes fucking Heal-Teil. Wow, sie... ist das ihr scheiß Ernst, Alter? Nein. Ich bin tot. Wow. Ich weiß nicht. Wow, die hat 520 Gold. What, ist das euer Ernst? Hochgepiele, muss viele gewesen sein. 2-8, Wayne. Wie kann man Wayne nur so verschandeln? Ahhhh, die macht so viele Schaden. Oh, ich hab auch... Na ja, ich hab einen Wohli. Baaatsch! Ich muss langsam mal einen vollen Kelch. Ich hab schon wieder 2.000 Gold. Wenn ich jetzt da bin, dann ist das Game dann eh vorbei. Wir müssen ja nix können. Ich muss halt irgendwie alleine sterben. Ah, geht halt nicht. Muss ich halt übernehmen, die Heal-Dinger nehmen. Ja, du konntest ja Livestick kaufen, das hat jemand noch nicht getan. Was für ein Drecks-AD-Carry. Pff, die Salve, man, das ist so krank. Das ist lächerlich, Alter. Pff, die. Die hat sich tatsächlich nach 16 Minuten Livestick gekauft. Na und ist wieder tot Das ist so ein schlechter Scherz Das ist so ein schlechter Scherz Hier geht sie ins Gewisch rein Ich habe keine Sicht mehr auf sie Jenna saft den Dings, geil Jo Und sie ist tot Ja was macht sie denn da auch für eine Scherz Wow Dann wäre sie auch nicht so rausgefahren oder was Wahrscheinlich nicht Ey warum haben die so einen guten Tank Und die haben so einen Idioten Wo die hier sind Wie schnell man, wtf Wie schnell man, wtf Boah, das ist echt Ne, keine Ahnung Wie schlecht ist, da wird es da Weltgeschichte gefühlt Wie kann man da mehr Oh, ich habe ihn Oh mein Gott Tjaaaah Soll ich auf Sunfire gehen oder auf Ruilis? Sunfire? Ja, keine Ahnung Naja, lieber einmal habe ich die Huste des Mannes Wo flippt denn der Wohlibe die ganze Zeit hinten? Ich verstehe das nicht Nice, go go Oh, ich bin Fullmaner Ich mag den Kerch Tank, tank, tank Ey, es ist mein Leben Oh, süß Ja, wir sind zurück Sorry Oh, ich bin tot Oh, nicht du, wahrscheinlich Sorry Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Jesus Wie schön, dass ich gesafet habe Oh mein Gott Bronchers Minion Bronchers Minion 3.000 Gold schon wieder Wow, wow, wow Oh mein Gott Sind die gleich getötet wahrscheinlich WAH Wieso kriegt die jedes Mal die Kills, what the fuck Die macht nicht mal einen Schaden mit ihren 500 AP Na gut, die Wohlibe ist 408 Ich will trotzdem nochmal sterben Ich hab mein scheiß Ei Na gut, jetzt will ich dann nicht mehr sterben Oh mein Gott Oh no Was ist? Die will Hier auf sie wieder Na schön, nice. Batsch! Warum wehen die denn alle schon wieder, Mensch? Batsch! Hm, 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 gar nicht, ja. Tower, Tower. Ha, pisse dich. Nee, nee, einfach nur. Wow, ich krieg Tower-Agro. Das ist doch ein schlechter Scherz. Für dich geflasht. Wow, danke, Bolivia. 4.000 Gold, Mann, ich will nicht sterben, dann haben wir eh verloren. Komm, Wayne, du kriegst es irgendwann schon mal hin, Alter. Warum kaufst du nicht mehr Attack-Speed? Esch, Muramana, Sivir hat nicht mal ne Mana-Mune, Alter, what the fuck? Oh, locker schon ne volle Träne. Hm, glaub ich nicht. Sivir, Alter, ist doch unmöglich ne Träne voll zu bekommen. Ja. Ja. Ich kann's nie im Leben schaffen mit einer Sivir. So. Wow, wow. Wow, ich wurde getötet. Kriegt der Sinn? Ja, Wayne ist doch am feiten. Boah, Alter, wie schild der kriegt. Hauptsache du, du kriegst auch ein bisschen Zeit rum. 30 Sekunden, nicht da. Versuch. Wow. Ja, er wird sich schon schaffen, die Jender. Hoffe ich mal. Ich hab jetzt ein Dings für uns, ein Wouter. So, ich bin da. I'm coming! Mit 582 RPE. Oh, ich bin auch da. Hab mein Ulti nicht, die hab ich grad verbraucht, aber... Ich bin so ausgerastet gerade. Ja, er sieht heute mehr Aluminium. Fuck you, Musivia. Äh, Jender. 621 AP, ich mag den Wouter. Das war so klein. Oh, ich krieg so viel Leben wieder. Ich hoffe du auch. Ja. 161. 232. 45. 425. 525. 525. 625. 525. 525. 625. 425. 525. 525. 525. damit die hoa ich wollte gerade noch meinen Sohn jetzt machen und dann gg alter wie konnten die das verlieren mit 3 AD Carries, wenn ich 1 AD Carry von denen gespielt hätte ich das gewonnen what the fuck unsere Wain hat sich wenigstens bis zum Ende noch ein bisschen gesteigert obwohl nach 16 Minuten Lives hier kaufen